Hey, mein Name ist Dominik und cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir haben einen neuen Hey Bro. Was geht ab? Hi. Alles gut bei dir? Sehr gut. Sehr schön. Dann sag doch mal ganz kurz den Zuschauern, wie du heißt, wie alt du bist und woher du kommst. Hi, ich bin Erich, 29 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Hamburg. Aus Hamburg, Heimspiel. So wollen wir das haben. Perfekt. Ja, wir haben heute eine neue Transformation. Du hast ja auch eine Haarsituation mitgebracht, die du nicht mehr so als befriedigend einstuchst für dich. Und das wollen wir heute ändern. Fabio macht den ganzen Haarschnitt bei dir und dann bin ich mal gespannt, was du dir heute ausgesucht hast. Ansonsten wünschen wir euch ganz viel Spaß und bis später. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich wollte sagen, wieder ein richtig, richtig geiles Ergebnis. Erstmal vielen Dank, Fabio Stylist. Erich, wie fühlst du dich? Ich fühle mich super. Also hat mega Spaß gemacht auf jeden Fall. Die Beratung hier auch von Fabio, auch von euch allen. Wir haben uns auch mal kurz umentschieden für die neue Frisur. Also ich bin mega zufrieden, hat super Spaß gemacht, super Team. Also kann ich nur weiterempfehlen. Das sind ja Worte, die gehen ja runter wie Butter, sagt man genau. Genau. Auf jeden Fall, ich kann es nur bestätigen. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich hoffe, du hast sehr viel Freude damit. Wenn ihr auch Haarprobleme habt, ruft uns gerne an. Checkt auf jeden Fall mal das andere Video, was ich euch einblenden lasse. Und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Bis dann, ciao, euer Dominik Lerich.